Ja, Jochen Bittner, ich habe über Sie gelesen, das will ich vielleicht eingangs mal fragen, wenn Sie einen guten Artikel selber schreiben wollen oder einen guten Kommentar, dann streiten Sie mit sich selber. Wie muss ich mir das vorstellen? Naja, ich versuche eben mein intuitives Gefühl über ein Thema erstmal argumentativ zu zerlegen und mich zu fragen, wie komme ich zu diesem Urteil, diesem intuitiven Urteil. Wir haben ja alle schnell intuitive Urteile. Und dem, finde ich, muss man erstmal misstrauen, dem intuitiven Urteil, weil es natürlich gefärbt ist durch Subjektivität, durch eigene Interessen. Und deswegen diese Idee vom Streiten mit sich selbst. Also ich möchte mich selbst bezweifeln, ich möchte mein Urteil erstmal selbst bezweifeln. Und wenn ich das getan habe und dann doch bei dem Urteil bleibe, dann finde ich, kann man es gut nach außen vertreten. Aber ein gewisses Maß an Selbstprüfung, finde ich, macht ein Kommentar erst gut. Haben Sie sich bei einem Thema mal selber überrascht? Ich war am Anfang offen gesagt skeptisch bei der Kommentierung des Bundesverfassungsgerichtsbeschlusses zum sogenannten dritten Geschlecht, also dem Eintrag Divers, weil ich mich gefragt habe, ist das Problem relevant? Und dann habe ich mich informiert über das Schicksal von intersexuellen Menschen und bin zu dem Schluss gekommen, das sind zwar recht, recht wenige, aber unser Rechtssystem soll auch Minderheiten schützen. Und deswegen fand ich diese verfassungsrechtliche Diskussion dann doch nicht zu hoch gehängt und habe kommentiert, dass dieses Urteil sehr, sehr zu begrüßen ist, also auch intersexuellen Menschen oder Menschen mit Geschlechtsdysphorie ihren Platz in der Rechtsordnung einzuräumen. Das habe ich dann, dem habe ich applaudiert, weil ich fand, das ist ein echter gesellschaftlicher Fortschritt. Herr Bittner, dann haben Sie eigentlich was gemacht, was man eigentlich als guten Handwerksgriff bezeichnen würde. Sie haben recherchiert, haben sich eine Meinung gebildet und dann drüber berichtet. Also haben Sie doch eigentlich alles richtig gemacht. Ja, wobei eine Recherche ist ja nie zu Ende. Wir haben als Journalisten alle Deadlines, bis zu denen wir uns Urteile bilden müssen. Und ich glaube, wir haben es alle schon erlebt als Journalisten, dass sich je nach Faktenlage, die man gerade recherchiert hat, je nach Standpunkten, die man gehört hat, der eigene Blickwinkel, das eigene Urteil auch wieder etwas verschoben hat. Und das hört ja in Wahrheit selten auf. Also das ist ja auch das Schöne am Journalistenberuf, dass man immer wieder im eigenen Urteil verunsichert wird. Und man kann, glaube ich, nur versuchen, sich so weit und so schnell wie möglich zu hinterfragen, dass man dann ein Urteil abgeben kann, hinter dem man stehen kann, dass man auch bei Anfechtungen noch gut begründen könnte. Es gibt ja dieses Standardzitat von Friedrichs, ein guter Journalist macht sich nicht mit einer Sache gemein, auch nicht mit einer guten. Gilt das heute noch? Das würde ich im Prinzip unterschreiben. Es gibt so ein paar Sachen, das ist die Frage, wie man die definiert, mit denen würde ich mich durchaus gemein machen. Also es wäre ja geradezu paradox, wenn ein Journalist sich beispielsweise nicht mit der Pressefreiheit gemein machen würde und dafür im Notfall auch nicht demonstrieren würde. Ich würde sagen, es wäre auch mit meinem Verständnis von einem aufgeklärten Journalismus nicht zu vereinbaren, wenn ich mich nicht für die tatsächliche Gleichberechtigung von Geschlechtern stark machen würde oder für gleiches Wahlrecht. Also ich finde, es gibt bestimmte Standards, zivilisatorische Standards, hinter die dürfen wir nicht zurück. Und insofern würde ich dann sagen, mit solchen Standards darf man sich auch gemein machen. Jetzt haben Sie ja gerade, was die Pressefreiheit angeht, im Prinzip so ein Prozess oder so was Strukturelles angesprochen. Wenn ich Friedrichs so interpretiere, geht es ja da wahrscheinlich eher um die Frage, sich mit inhaltlichen Dingen gemein zu machen. Ab wann ist denn da aus Ihrer Sicht eine Grenze erreicht? Also ich würde sagen, man muss als Journalist immer den Versuch unternehmen, alle politischen Blickwinkel, Interessen mit der gleichen Kritik zu betrachten, mit dem gleichen kritischen Maßstab zu prüfen. Und ich glaube, dass Hajo Friedrichs das damit meinte, dass man sich mit einer Sache nicht gemein machen sollte. Und das ist eine Idealvorstellung. Also lege ich an sämtliche Politiker, lege ich an sämtliche politischen Fragen und Ideen denselben kritischen Maßstab an. Ich glaube, das sollte man versuchen als Journalist. Man sollte sich aber auch keine Illusionen darüber machen, dass das selten ideal gelingt. Denn als Mensch ist man kein Neutrum. Man ist ja selbst nicht politisch neutral. Man hat selbst Überzeugungen, die das Urteil prägen oder trüben auf eine gewisse Weise. Aber den Anspruch, finde ich, den sollte man wenigstens haben. So universal kritisch wie möglich Menschen, Themen, politische Ideen zu betrachten. Also ich frage das natürlich auch, weil es inzwischen natürlich Beispiele gibt, die gewissermaßen auch als herausragende Beispiele gelten. Nehmen wir mal prominente öffentlich-rechtliche Personen wie eben Georg Restle oder auch Anja Reschke. Die beziehen inzwischen sehr publikumswirksame Position. Sie sagen auch, neutral zu berichten, das reicht heute nicht mehr. Wie sehen Sie das denn? Ich verstehe das Argument, wenn man sagt, die Demokratie ist gefährdet. Und deswegen, es gibt bestimmte Demokratie-Gefährder oder auch Gefährder der freiheitlichen Ordnung. Und wenn man über die neutral berichtet, dann macht man quasi deren Geschäft. Also man streicht die sozusagen mit einer Normalität an, die sie nicht verdienen. Das Argument verstehe ich. Ich halte es aber trotzdem für falsch. Denn meine Idee wäre, wenn ich diese Akteure, gegen die manche einer jetzt glaubt, einen besonderen Aktivismus entfalten zu müssen, wenn ich die schlicht mit dem kritischen journalistischen Blick bedenke, mit dem ich alle bedenke, dann kommen diese Leute, diese Zerstörer, kommen deutlich schlechter weg. Und das halte ich für meine Aufgabe als Journalist. Gleicher kritischer Maßstab für alle. Wenn einige dann verletzter am Boden liegen als andere, dann ist es deren Schuld. Und das wird dann auch den Leserinnen und Lesern auffallen. Und ich glaube, im Gegenteil, wenn man außer journalistischen Aktivismus betreibt, dann schadet man dieser Art von Journalismus selbst, weil die Zuschauerinnen und Zuschauer einem dann nicht mehr abnehmen, dass man mit dem gleichen Maßstab von Kritik an alle rangeht. Also über die Frage der Glaubwürdigkeit oder beziehungsweise auch die Konsequenz, die auch so etwas daraus erwächst, also nämlich was macht das mit der Glaubwürdigkeit, würde ich auch gleich gerne noch mit Ihnen sprechen wollen. Ich möchte aber ganz kurz noch mal auch bei Herrn Reste bleiben, weil natürlich das überhaupt nur große Schlagzeilen gemacht hat durch seinen Auftritt auf dieser Demo. Sie haben das Wort Aktivismus ja auch gerade selber schon ins Spiel gebracht. Ist das für Sie akzeptabel, wenn jemand, der also ein Millionenpublikum bedient, als Redner auf einer Großkundgebung auftritt und da auch klar Position bezieht, weil eben die Leute ja wahrscheinlich die Rolle nicht mehr von der Privatperson trennen? Ich finde es nicht richtig. Ich würde Herrn Ressler als Privatbürger nie das Recht absprechen, das zu tun. Nur er steht ja auch für eine Institution, also für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und bei dem gelten eben noch mal besondere Ausgewogenheitspflichten. Ich meine, ich arbeite für die Zeit. Das ist ein privatwirtschaftliches Medium und ein Tendenzbetrieb. Also wir dürfen eine bestimmte politische Neigung sogar haben und zeigen, weil wir uns eben am Markt bei unseren Lesern eine Nische suchen müssen. Für uns muss man bezahlen, beziehungsweise muss man nicht, kann man bezahlen. Für den Öffentlich-Rechtlichen muss ich bezahlen. Und aus dieser privilegierten wirtschaftlichen Stellung würde ich eine besondere Pflicht ableiten für den Versuch, objektiv zu berichten. Man kann nicht objektiv berichten, aber man kann den Versuch unternehmen, das Weltgeschehen objektiv zu betrachten. Und in dem Moment, in dem ich mich selbst zum Subjekt des Weltgeschehens mache, in dem ich auf eine Demo gehe, wechsle ich komplett die Rolle. Und Herr Restle ist ja jemand, der auch für die Berichterstattung über genau solche Themen zuständig ist. Und wenn ich auf eine Demo gehe, die im Grunde zu meinem Berichtsgebiet gehört, als gesellschaftliche Auseinandersetzung, dann finde ich das eine Rollenüberschreitung. Aber verstehe ich Sie denn richtig, dass es was anderes ist, ob jetzt zum Beispiel Herr Restle eben auf einer Demo auftritt oder Frau Reschke im Buch schreibt, in dem relativ deutlich Position bezogen wird, weil sie eben öffentlich-rechtliche Personen sind. Und auf der anderen Seite beispielsweise Journalisten bei ProSieben, also auch bei einem privaten Betrieb, nach einem Interview mit Annalena Baerbock, Applaus klatschen. Ja, da würde ich wirklich Unterschiede machen. Also ich finde, das Applaus klatschen nach einem Interview geht natürlich nicht, weil das ja eindeutige Parteiename ist für eine Politikerin. Ein Buch zu schreiben, über dem man seine eigene Überzeugungen ausbreitet, das finde ich etwas ganz anderes. Denn damit stellt man also eine transparente Subjektivität her. Man sagt, guck mal, für das stehe ich. Und das hilft im Grunde, den Zuschauern dann auch einzuordnen, wie ein Journalist, wie eine Journalistin tickt. So, das ist was anderes, als in einem laufenden politischen Geschehen, wie einem Interview oder bei einer Demo, selbst zu politischen Kraft zu werden. Da würde ich diesen feinen Unterschied, finde ich, wichtig. Die Geschichte mit dem Klatschen nach dem Baerbock-Interview, um das nochmal vielleicht dezidiert zu besprechen. Also ich habe damit total gefremdelt, als ich das gesehen habe. Ich dachte, okay, was passiert da jetzt? Habe ich noch nie gesehen vorher. War das vielleicht auch die Ungewohnheit bei mir? Ich weiß nicht, wie es Ihnen dabei gegangen ist. Ja, geht mir auch so. Aber ich finde dieses Fremdeln genau richtig. Dass es das vorher nicht gegeben hat, heißt ja nicht, dass es heute richtig wäre. Vielleicht nochmal eine Frage zu dem Komplex. Nemi El-Hassan, eine junge Frau, die ja im Prinzip auch für den Öffentlich-Rechtlichen eine Sende moderieren sollte zumindest, die hat ihre Vergangenheit, ihre aktivistische Vergangenheit, um es mal so zu formulieren, eingeholt. Sie war lange Jahre vorher auf einer Demo, hat da nicht mal, glaube ich, gesprochen, sondern ist da eben nur mitgelaufen, hat dann im Grunde genommen eine Konsequenz kassiert, nämlich diese Sendung ist nicht durch sie besetzt worden. Herr Restle ist nach wie vor im Geschäft. Wie lange, oder, also, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber dieses Private, diese Leichen im Keller, wie lange können die einen einholen aus Ihrer Sicht? Weil irgendwie ist ja jeder sozialisiert und hat eine Vergangenheit. Und es wäre eigentlich auch falsch, glaube ich, so völlig meinungslos durch die Welt zu laufen. Wie lange darf er in das einholen? Es muss natürlich auch so etwas geben wie die Möglichkeit, dass Überzeugungen sich wandeln, dass auch, sagen wir mal, Dinge, die man als Jugendlicher oder als junge Frau gemacht hat und man heute nicht mehr machen würde, dass die nicht mehr gegeneinverwendet werden dürfen. Das finde ich schon. Wir entwickeln uns alle. Wir haben alle Fehler gemacht und daraus gelernt. Bei Nemi Al-Hassan fand ich es tatsächlich unangenehm, wie mit ihr umgegangen wurde. Ab dem Punkt, an dem sie Moderatorin ist für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, finde ich, müssen strenge Maßstäbe gelten. Aber was diese damals junge Frau getan hat und wie sie vielleicht auch biografisch als Palästinenserin getrieben war, auf diese Demos zu gehen, finde ich, das muss man sich sehr, sehr genau angucken und darf da nicht vorschnell urteilen. Also, ich glaube, wenn, also in meinem Alter, ich bin jetzt Ende 40, wenn ich mit 16 oder Anfang 20 angefangen hätte zu twittern, ich würde auch nicht wollen, dass alles von damals heute noch gegen mich verwendet wird. Es gibt auch so etwas wie ein Recht auf, vielleicht nicht vergessen, aber eine faire Einordnung, eine faire biografische Einordnung von Äußerungen. Ich will noch mal zurück auf das, was Sie vorhin schon angerissen haben, dieses, was erwächst für eine Konsequenz aus einer Art von Berichterstattung, also dieses erkennbar Position beziehen, beispielsweise in Form von Anmoderation, beim Monitor, was auch immer. Das gilt ja genauso für Artikel und für ganz andere Dinge eben auch. Was glauben Sie, wie wirkt sich das auf die Glaubwürdigkeit eines Mediums beim Rezipienten aus? Ich glaube, die Rezipienten erkennen sehr, sehr schnell, wenn da ein Bias in der Berichterstattung ist. Beim Fernsehen, glaube ich, noch mal besonders, weil auch solche Fragen wie Mimik, Gestik, Betonung eine Rolle spielen. Das wird, glaube ich, sehr schnell wahrgenommen. Und ich glaube, dass der Effekt beim Publikum der umgekehrte ist als den, die die Moderatoren in solchen Fällen eigentlich wollen. Sie wollen ja beeindrucken durch ihre Art der Subjektivität an der Stelle. Und ich glaube, das Gegenteil passiert. Ich glaube, die Zuschauerinnen und Zuschauer fühlen sich viel mehr beeindruckt, wenn ihnen nachvollziehbare Tatsachen, wirkliche Skandale geschildert werden. Und die brauchen dann nicht noch mal das vorgelegte oder draufgelegte Urteil der Moderatoren. Spannend, was Sie da sagen, weil im Prinzip, das ist ja im Prinzip auch das, was man jetzt in der Kritik oft mitbekommt. Also man hat oft diesen Vorwurf, gerade den großen Pressehäusern gegenüber, die sagen ja, was sein soll. Also können Sie dieses Gefühl der journalistischen Bevormundungen nachvollziehen? Ist das ein Trend, den Sie auch erkannt haben? Ja, es gibt so einen gewissen Trend zur Pädagogisierung des Journalismus. Also, dass es nicht mehr reicht, einfach zu sagen, was ist, sondern dass man auch gleich so etwas wie eine ethische Handlungsanweisung mitliefert. Oder zumindest versucht die Zuschauer so ein bisschen in eine gewisse Richtung zu pushen. Habt ihr jetzt begriffen, was richtig ist? Und ich glaube, dass das nicht gut ankommt, weil niemand wird ja gerne als Schüler behandelt von Gleichaltrigen oder von Leuten, die meinen, sie wüssten es besser. Ich glaube, überzeugen tut man anders. Überzeugen tut man dadurch, dass man einfach gute Argumente präsentiert. Aber dieser Hang, wie ein Lehrer zeigen zu müssen, was das falsche Denken ist, ich glaube, das geht eher nach hinten los. Das ist ja spannend, weil Sie da jetzt schon den Bogen eigentlich zu dem schlagen, was sich auch ganz dringend zu besprechen lohnt, nämlich die Form der Berichterstattung an vielen Punkten. Also um nochmal diese Kritik aufzugreifen, man hat das natürlich jetzt bei Corona ganz krass erlebt, dass also da die Kritik groß war, dass viele Nutzer sich da zum Teil falsch informiert gefühlt haben. Also wir wollen jetzt gar nicht über Frau Spellising sprechen, aber die Tatsache, dass natürlich die Leute da das Gefühl hatten, okay, jetzt wird mir schon gesagt, was gesagt werden soll, sonst kommen ja nur die zu Wort, die irgendwie pro Regierung sind. Das waren ja so lose Argumente. Aber andere Beispiele, möglicherweise auch Klimawandel, weiß nicht, ob Ihnen das auch so geht, hatte ich den Eindruck, dass da auch die Kritik heftig war, die Flüchtlingsbewegung. Gendern war auch ein großes Thema. Wie berechtigt war oder ist denn diese Kritik aus Ihrer Sicht der Mediennutzer, dass da also gerade bei solchen Themen, die ja doch einschneidend in so einer Gesellschaft sind, möglicherweise zumindest unterstellt wird, das ist zu tendenziös. Also ich rede jetzt mal aus Sicht von Journalisten und beschreibe mal das Problem aus deren Warte. All die Beispiele, die Sie genannt haben, also Migrationskrise, Corona, Klimakrise, das sind alles Fragen, bei denen es um Leben und Tod geht. Die sind also moralisch hoch, hoch aufgeladen. Wenn man sich da bei einer gewissen Frage positioniert, dann kann man sich den Vorwurf einhandeln, man sei menschenfeindlich, man sei zynisch, man sei egoistisch. Also das sind eine ganze Reihe von Maximalvorwürfen, denen man sich ausgesetzt ist, sobald man beispielsweise bezweifelt, ob es eine gute Idee ist, dass private Senukretter im Mittelmeer das tun, was sie tun. Nämlich auch einen Anreiz setzen für Schlepperwesen. Oder indem man fragt, ob es so eine gute Idee ist, beim Klimawandel aus der Atomkraft auszusteigen. Oder indem man fragt, ob es immer noch eine gute Idee ist, jetzt Corona-Krise auf eine Impfpflicht zu setzen. Bei all diesen Fragen kann man sich ja schon eine List leicht in das Lager der Zyniker, der Menschenfeinde, der Egoisten gedrängt sehen. Und auf der anderen Seite die Position einnimmt, lieber Vorsicht walten lassen, lieber die Grenzen auf, lieber maximalen Klimaschutz. Dann setzt man sich diesen Vorwurfmöglichkeiten nicht aus. Deswegen gibt es, glaube ich, eine gewisse psychologische Neigung, sich eher zum Team Vorsicht zu schlagen bei all diesen Fragen. Aber ich finde, als Journalisten müssen wir eben auch diesen anderen Fragen Raum geben. Nicht, weil ich die unbedingt richtig finde, sondern weil ich die Erörterung richtig finde. Aber heißt das im Umkehrschluss, dass das existenzielle Fragen sind, weil jemand, der als Journalist arbeitet, möglicherweise schon die Schere im Kopf hat, aus der puren Angst heraus, dass wenn er mit einer möglicherweise schwierigen oder entgegen den Strom laufenden Meinung Gefahr läuft, nicht mehr eingekauft, gebucht oder beschäftigt zu werden? Ja, also jetzt spielen Sie an auf die Frage Cancel Culture. Also besteht die Gefahr, dass man sich durch eine gewisse Position wirklich so ins Knie schießt, dass man um seinen Job fürchten muss? Das Argument verstehe ich gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen nicht. Ich meine, da ist man doch nur wirklich gut abgesichert. Ich verstehe es auch bei gestandenen Journalisten eines gewissen Alters nicht. Die sind auch sehr gut abgesichert. Die interne Pressefreiheit ist ein hohes Gut, ist ja auch gerichtlich so geschützt. Also da muss schon viel passieren, sozusagen, bevor man da mit solchen Konsequenzen rechnen muss. Das ist für mich eigentlich eher eine Frage der Binnenpluralität. Ich glaube, es gab eine Umfrage unter den Azubis und Volontären der ARD. 90 Prozent würden SPD, Grüne, Linke wählen. Ja, okay. Wo sind denn dann die Konservativen? Oder anders ausgedrückt, sind wir nicht schon qua Personalentwicklung so vorpositioniert, dass es gar keine gegenteilige Meinung mehr gibt? Das ist ja irgendwie so, wenn man sich anguckt, klar, Leute sind irgendwie sozialisiert, Leute haben in irgendeiner Form natürlich ein Elternhaus auch. Das mit ganz anderen Bedürfnissen groß geworden ist, als beispielsweise vielleicht ein extremes Elternhaus. Also das ist eine ganz wichtige Frage. Gibt es genug Pluralismus innerhalb der Redaktion? Und ich finde, um die Frage zu beantworten, muss man mal gerade 20 Jahre zurückblenden. Was wir nämlich immer vergessen ist, es gab nach 9-11, gab es ein Journalistensterben in wirtschaftlicher Sicht, wie es das noch nie gab in Deutschland. Es sind wahnsinnig viele Journalisten entlassen worden. Es gab immer weniger Stellen, weil die Werbeeinnahmen weggebrochen sind bei den Verlagen, weil sich viele existenzielle Sorgen gemacht haben. Und sagen wir mal, diese wirtschaftliche Prekarität, die da eingebrochen ist in die Branche, die hat Auswirkungen bis heute. Weil natürlich, wer wird Journalist, wenn er weiß, das ist ein im Beschäftigungsverhältnis prekärer Beruf, der zweitens nicht mehr so toll bezahlt ist wie früher und der drittens auch nicht mehr das Sozialprestige mitbringt wie in der vordigitalen Zeit. Ich glaube, dass so eine Berufsbeschreibung eher junge Menschen aus dem linken, sprich eher aktivistischen Lager anzieht, als eher bürgerliche Jugendliche, denen Sachen wichtig sind wie schneller geregelte Arbeitsverhältnisse, gutes Einkommen, wirtschaftliche Sicherheit und die dafür, sagen wir mal, ihren politischen Aktivismus lieber zurückstecken. Das heißt, ich glaube, dass die mangelnde Pluralität im Journalismus zusammenhängt mit den wirtschaftlichen Umständen, mit den wirtschaftlichen Fahrwassern, in denen sich Journalismus mittlerweile bewegt. Das ist hochspannend. Ich würde mal fragen, dieses Thema, wir haben es schon mal angesprochen, diese Ausgewogenheit der Themen und auch der Position. Wenn ich Sie jetzt auf der Straße treffe, als Leser der Zeit oder von mir aus auch der FAZ, ganz egal, ich bin ein ganz normaler Nutzer, ich komme auf Sie zu und sage, Herr Bittner, aus Ihrer ganz persönlichen Sicht, werden denn in der Presselandschaft überhaupt noch alle möglichen und wirklich alle möglichen Meinungen zu den großen Themen unserer Zeit ausgewogen abgebildet? Nein, es werden nicht alle möglichen Stimmen zu den großen Themen unserer Zeit abgebildet, weil alle möglichen Stimmen würde ja heißen, dass man zum Beispiel auch Klimawandelleugnern eine Stimme gibt, dass man Extremisten eine Stimme gibt, Rassisten eine Stimme gibt. Und ich finde, das kann man zu akademischen Zwecken mal machen an der Uni, also Rassismus demontieren. Aber ich glaube, journalistisch verschwenden wir damit unsere Zeit, weil wir hinter Standards zurückfallen, die als gesellschaftlich vereinbart gelten könnten. Ich glaube aber, was hinter der Frage steckt, ist, gibt es völlig legitime gesellschaftliche Positionen, die zu wenig vorkommen? Und ich glaube, auch da hat eine Selbstbefragung stattgefunden oder begonnen in der Branche, im Wesentlichen durch die Wahl von Donald Trump. Wir haben uns alle geirrt damals. Ich weiß noch, wie wir in der Zeit, in der Redaktion, in der Wahlnacht, geschockt im Sitzungsraum saßen und uns fragten, mein Gott, wir haben vor einer Woche noch alle geschrieben, es ist völlig unmöglich, dass Trump gewinnt. Und was haben wir alles nicht gesehen? Und was haben wir vielleicht auch alles nicht gehört an Stimmen in den USA? Und da hat ja dieser Nachdenkprozess begonnen, sind wir vielleicht alle ein bisschen zu stadtfixiert? Also leben wir geistig zu sehr auch in unserer inneren Ostküste, sozusagen im Multikulturalismus, in der Idee, dass wir ja im Grunde alle dasselbe wollen und die Gesellschaft uns irgendwie gleich progressiv vorstellen. Und da, glaube ich, hat eine Weitung des Blickes begonnen, auch für andere Winkel in der Gesellschaft. Also das, was die Tagesthemen jetzt auch machen, mit nah dran oder unterwegs, oder wie dieses Format heißt, das ist ja schon ein Schritt in die richtige Richtung. Also bestimmte Milieus nicht zu dämonisieren, sondern sie erst mal zu treffen und mit ihnen zu reden. Ich glaube, das ist eine Lehre aus dem Trump-Schock im Journalismus. In den USA gibt es diese strikte Trennung zwischen Nachrichtenredaktion und Meinung. Die gibt es physisch und natürlich auch klar erkennbar dann in den Publikationen. Ist das aus Ihrer Sicht, um vielleicht auch mal den Blick nach vorn zu richten, wäre das auch für Deutschland eine Lösung, um vielleicht auch aus Vertrauens- und Glaubwürdigkeitskrise rauszukommen? Ich finde das jedenfalls eine gute Richtung. Also ich weiß nicht, ob man das so streng praktizieren sollte, wie beispielsweise bei der New York Times, wo sich ja oft Redakteure aus dem Meinungsressort gar nicht kennen mit den Reportern, die draußen unterwegs sind. Die haben ja wirklich eine Firewall. Aber den Gedanken finde ich richtig. Also dass man zumindest als Journalist in sich diese Firewall zieht, zwischen wann bin ich Kommentator, wann bin ich Beobachter. Und das sehr deutlich zu markieren, auch in den Sendeformaten, die es gibt, finde ich auch richtig. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt, dass die Zuschauer jetzt so große Probleme hatten, früher in der Tagesschau den Kommentar als Kommentar zu erkennen, als da noch nicht Meinung drüber stand. Aber ich glaube, sie hatten eher ein Problem, damit Berichte als vollkommen meinungsfrei zu identifizieren. Das war, glaube ich, das größere Problem. Es gab ja dann das Argument zu sagen, man wollte damit kenntlich machen, dass das nicht die Meinung der gesamten Redaktion ist. Aber den Unterschied kann ich jetzt allein wegen der Brandmarkung oben links in der Ecke auch nicht erkennen. Sie als Redaktionsleiter Streit bei Die Zeit haben gesagt, also um auch nochmal bei dem Blick nach vorn zu bleiben, Journalisten sind Regisseure der öffentlichen Debatte. Wie meinen Sie das? Naja, wir entscheiden, wer auf die Bühne kommt. Wir entscheiden, welche Fragen dort verhandelt werden. Und insofern sind wir schon Regisseure für das Setting. Ich meine, was dann gesagt wird, das bestimmen wir natürlich nicht. Aber wir sagen, was da läuft auf der Zeitungsseite oder in der Sendung. Insofern schaffen wir die Voraussetzungen für inhaltliche Diskussionen. Und dabei müssen wir natürlich verantwortlich vorgehen. Wir müssen gucken, dass die Leute, die wir da auf die Bühne holen, dieses Privileg auch verdient haben. Das setzt dann wiederum ein gewisses Casting voraus. Insofern finde ich den Vergleich mit dem Regisseur nicht so verkehrt. Aber da spielt der Haltung dann auch schon eine Rolle. Weil ich glaube, wie neutral kann man entscheiden über die Protagonisten, die Sie aufeinander treffen lassen als Regisseur? Ja, also was mir wichtig wäre für das Streitressort bei uns insbesondere ist, dass wir auf der einen Seite natürlich interessante Persönlichkeiten haben, die auch was zu sagen haben. Aber auf der anderen Seite nicht auf den Knalleffekt setzen, den man in mancher Talkshow hat, mit den oft ja immer gleichen Gästen, sondern dass der Knalleffekt aus der Frage kommt. Die Frage muss interessant sein. Die Frage muss etwas sein, in die man sich vertiefen möchte, die man kontrovers diskutieren möchte. Und da dürfen dann im Zweifel Qualitäten wie Rampensauartigkeit oder eine gewisse Selbstverkaufe weniger eine Rolle spielen. Also ich sage mal, das Schöne an unserem Format ist, dass wir gerade nicht live senden, dass man sich da nicht bühnenmäßig verkaufen muss, sondern dass man mit dem Argument glänzen darf. Und das ist, glaube ich, eine zunehmende Aufgabe für Journalismus, weniger die prickelnden Figuren auf die Bühne zu holen, als die prickelnden Fragen auf die Bühne zu holen. Wodurch stellen Sie das denn sicher bei sich im Blatt, dass das da nicht so einseitig berichtet wird? Also wir haben ja jetzt über Personalentwicklung, über Binnenpluralität gesprochen, aber ich meine, Sie erleben das jeden Tag in der Praxis. Wie stellen Sie sicher, dass Sie, wenn Sie vielleicht an einem Tag Meinung A abgebildet haben, dann vielleicht am nächsten Tag oder idealerweise noch in der gleichen Auflage Meinung B abgebildet haben? Denn gewissermaßen müssen Sie ein Erfolgsrezept haben. Ihr Blatt ist eines der wenigen, das noch bei der gedruckten Auflage zugelegt hat. Also wir bemühen uns ja schon in den Formaten immer beide Perspektiven abzubilden. Deswegen haben wir als festes Format bei uns im Streit das Streitgespräch mit mindestens zwei Akteuren oder ein Pro und Contra mit verschiedenen Positionen. Und dann haben wir einen Essay, in dem man in Ruhe mal seinen Punkt machen darf. Also das ist so die Idee, wenn jemand im Streit sagt, lass mich mal ausreden, dann wollen wir dem oder ihr die Möglichkeit bieten, eben mal auf einer fast ganzen Zeitseite eine Argumentation auszubereiten. Was natürlich auch wieder Widerspruch erzeugt. Und im besten Falle bekommen wir dann auch einen Widerspruch für eine der Ausgaben darauf, wo jemand genauso elaboriert, genauso in Ruhe seine Sicht der Dinge schildern kann. Und trotzdem stelle ich mir das ja vor, wir haben ja vorhin über diese Sozialisierung gesprochen, über diese, aus welchem Milieu kommt jemand, der Journalist wird. Und ich stelle mir das auch unfassbar schwer vor, jetzt mal Sie auch als Führungskraft, als Entscheider gefragt. Also ich weiß nicht, klar, Sie greifen natürlich auf Autoren zurück, die gewissermaßen schon ein Standing haben. Auch das macht man natürlich, wenn man eine gewisse Auflage oder eine gewisse Relevanz erzeugen will. Aber ich sage mal, jetzt sitzt einer vor Ihnen, der ist erkennbar, vielleicht kein AfD-Wähler, aber ist zumindest handwerklich und saubere Journalist und besetzt eine sehr konservative, vielleicht eine sehr rechte Position. Hat der de facto eine Chance, bei Ihnen durchzukommen? Der hat eine Chance, bei uns durchzukommen. Also sehr rechte Position müsste man mal schauen. Also die Zeit ist ein liberales Blatt. Das wäre etwas, was man natürlich sehr genau prüfen würde. Aber wenn das plausibel dargelegt ist, wenn es redlich argumentiert ist, warum nicht? Und Grenzen würde ich da ziehen, wo wir über Populisten reden, wo wir über offensichtliche Menschenfeindlichkeit reden. Aber wir hatten zum Beispiel auch, weil Sie darüber reden, wir hatten eine Chance bei uns. Uns hat auch schon mal ein Lehrer kontaktiert, der sagt, Mensch, mir fällt auf, in meinen Schulklassen, die ich unterrichte, so Oberstufe, herrscht ein solcher Pessimismus über den Zustand der Welt vor. Viele meiner Schüler denken wirklich, sie werden nicht alt wegen der Klimakrise. Ich würde hier gern mal gegenhalten. Ich würde gerne mal eine andere Perspektive aufmachen und meinen Schülern sagen und vielleicht auch noch mehr Schülern sagen, es gibt auch viel Grund für Optimismus. Und das hat er gut durchargumentiert. Wir haben das sehr genau geprüft, all seine Argumente, auch mithilfe unserer Wissensredaktion. Und ich bin froh, dass jemand auch mal so ein Ideenfenster aufmacht. Es ist ja nichts Verbotenes, sondern wenn man gut argumentiert, plausibel und bei den Fakten bleibt, warum sollte man die Position nicht vertreten dürfen? Es ist ja interessant, was Sie da sagen, weil ich glaube, man tut sich ja gemeinhin leichter, Sarah Wagenknecht einzuladen als Björn Höcke. Björn Höcke würde ich auch nicht einladen. Björn Höcke sollte bei uns auch nicht schreiben, weil ich Björn Höcke für einen völkisch denkenden Menschen halte und insofern nicht auf dem Boden des Grundgesetzes unterwegs. Er benutzt erkennbar völkisches und an die NS-Zeit angelehntes Vokabular und negiert damit, finde ich, den Gleichberechtigungsanspruch aller Menschen. Wenn man jetzt sozusagen, oft agieren ja gerade, die AfD agiert ja oft mit einer Doppelspitze, also das hat im Bund Tradition, auch würden Sie dann im Zweifelsfall, wenn man sozusagen auch den Proporz wahren muss, den man ja als öffentlich-rechtlicher Sender auch zum Teil, wenn man zumindest aufgefordert wird, zu wahren, wenn man sagt, okay, vielleicht keine demokratische Partei, aber irgendwann eine Partei, die demokratisch gewählt worden ist. Dafür ist ja der Verlag, ist ja die Anstalt im Zweifel nicht verantwortlich. Würden Sie dann im Zweifelsfall eher den Kursprecher, der vermeintlich weniger populistisch agiert, einladen als Hörger? Also ich sehe das Dilemma der öffentlich-rechtlichen Sender da und ich beneide die Kollegen dort nicht darum. Die können es im Grunde nur falsch machen. Sie haben anders als die Zeit, ja die Pflicht ausgewogen zu berichten und jede gewählte Partei formal gleich zu behandeln. Das heißt, man müsste aus formalen Gründen einem Björn Höcke auch eine Sendezeit einräumen. Auf der anderen Seite haben die öffentlichen Rechtlichen ja auch eine inhaltliche Verantwortung. Es steht ja auch in den Rundfunkstaatsverträgen, dass sie der Demokratie verpflichtet sind, der Meinungsvielfalt und so weiter. Deswegen kann ich verstehen, dass es sich viele Entscheider bei den Öffentlich-Rechtlichen schwer machen bei einer Figur wie Höcke. Ich finde, man muss in die Abwägung auch noch mit einbeziehen, was passiert, wenn man ihn kritisch interviewt und was passiert, wenn man ihn nicht kritisch interviewt. Profitiert er mehr davon, wenn man ihn nicht kritisch interviewt? Und ich glaube, das ist so bei der AfD. Also das ist ja Teil deren politischer Idee, darauf rumzuhämmern, dass sie ungleich behandelt werden, dass es Mainstream-Medien gibt, die bestimmte Parteien unterdrücken. Und ich glaube, in der Abwägung würde ich ihm als öffentlich-rechtlicher Sender diesen Gefallen nicht tun, sondern ich würde ihn hart befragen und ihn als den Extremisten entlarven, der ist.